Herzlich willkommen zu Berlin Cuisine Kitchen Hacks, der Sendung mit... Entschuldigung. Herzlich willkommen zu BC Kitchen Hacks. Wir wollen euch heute mal wieder zeigen, was für coole Tipps und Tricks wir haben. Und zwar das Thema heute ist... Das Thema heute ist Fisch und wir wollen euch zeigen, wie man Fisch von der Haut nimmt. Wir würden das ja normalerweise aufs Brett legen und schneiden, doch wenn man da nicht geübt ist, dann schneidet man ganz oft in den Fisch und zerstückelt das Filet. Das sieht sehr unschön aus. Ich will zeigen euch heute, wie es einfach geht. Bevor wir da jetzt das heiße Wasser rüberkippen, wie ist das denn? Kann man das mit jedem Fisch machen? Du kannst das grundsätzlich mit Fischen machen, die sich sonst nicht so gut auf der Haut braten lassen. Das funktioniert mit einem Saibling, mit einem Kabeljau zum Beispiel, mit einer Forelle. Das sind ja alles so Fische mit so einer weichen, leicht schlammigen Haut. Bei einem Lachs zum Beispiel würde ich es nicht empfehlen. Die Hautstruktur ist sehr dick und du willst ihn meistens auch auf der Haut schön kross braten. Das ist ja was, was den ausmacht, Haut kross und in eben medium rare. Aber hier bei diesem Kabeljau sieht man diese schöne weiche Hautstruktur. Dafür ist es perfekt. Okay, dann können wir loslegen. Genau, und jetzt sollte man das eigentlich ganz gut abziehen können. Und siehe da, es löst sich perfekt ab. Zack und fertig. du bist du meshace. дела. du bist du